Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu eurem Tagesimpuls für heute, für Montag, den 31.08.2020. Ja, ich begrüße euch zu einer neuen Woche, zum Wochenstart. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen, seid motiviert für die neue Woche. Heute sind die Krafttiere wieder dran, deswegen entscheide dich für die erste, zweite oder dritte Karte und natürlich auch gerne für mehrere Krafttiere. Wenn es heute so sein soll, dann soll es auf jeden Fall so sein und dann gönne es dir auch. Ich starte mit dem ersten Krafttier, mal schauen, was wir da haben. Oh, da haben wir den Känguru. Die Weiterentwicklung. Ja, heute am Montag, klar, die neue Woche startet, also entwickeln wir uns auf jeden Fall auch weiter. Entweder ist das jetzt gemeint natürlich auf die Arbeit. Vielleicht haben wir Situationen in der Arbeit, die wir neu angehen, die neue Herausforderungen darstellen, wo wir uns sozusagen mit Themen auch neu und weiterentwickeln. Es kann auch sein, dass du dich auch entscheidest für eine Weiterbildung, ein Seminar, ein Studium, vielleicht auch eine neue Position auf der Arbeit, vielleicht etwas, was höher gestellt ist, eine Führungsperson, die du dann wirst oder halt ein Spezialist für etwas oder eine ganz andere Position anstrebst. Muss ja auch nicht immer eine höherwertigere Position sein. Es kann einfach sein, dass du auch was anderes machen möchtest und dahingehend dich weiterentwickeln willst. Das kann man darauf natürlich münzen, aber es kann auch sein, dass du dich von deiner Person her, von deinem persönlichen her dich weiterentwickelst. Vielleicht gibt es heute so Impulse, wo du dich an etwas Neues herantraust, vielleicht auch im Privaten, vielleicht auch im Hobby oder dass du einfach wirklich auch dich reflektierst und einfach da auch deinen Horizont auch weiterentwickelst, auch in deinem Sein und deinem Tun, dass du mal über gewisse Stärken oder Verbesserungspotenziale auch mal nachdenkst, wo du da vielleicht noch mal mehr draus ziehen kannst aus den Stärken oder bei Verbesserungspotenzialen vielleicht noch mal diese dir noch mal anschauen darfst, dass sie halt mehr weiterentwickelt werden, dass sie vielleicht auch in eine andere Richtung gehen. Also heute ist so ein Tag, wo so Prozesse sein können, die du vielleicht so andockst oder anstrebst, die in eine neue Richtung vielleicht auch gehen. Auf jeden Fall ist es auch etwas Veränderung, also kann man schon so sagen, es ist keine Stagnation, was ich immer toll finde und du gehst auf jeden Fall weiter, ob mit dir selber, mit deinem Inneren, was du halt durchleuchtest oder im Außen durch gewisse Tätigkeiten oder einfach ja Dinge, die du in Betracht ziehst, wo du was Neues oder was anderes oder mehr draus machen kannst. So und das zweite Krafttier, was haben wir da? Oh, da haben wir das Eichhörnchen. Wie süß. Ich liebe Eichhörnchen. Ich sehe die auch immer beim Spazierengehen. Das ist die Kommunikation. Ja. Schade, mir hat noch keine Eichhörnchen geredet. Ich gucke sie mir dann immer an und will sie dann fotografieren und dann laufen sie natürlich schnell weg. Das ist ja ganz klar. Aber ach, ich liebe sie einfach. Okay. Es ist auch ein anderes Thema. Kommunikation. Mein Thema als Kommunikationstrainerin. Ja, heute wird viel geredet. Kommuniziere heute. Definitiv. Wenn heute ein Gespräch, oder was heißt heute ein Gespräch? Wenn ein Gespräch fällig ist, dann führe es heute durch. Heute ist ganz, ganz wichtig. Und ich sage immer, mein Spruch, das ist mein absoluter Oberspruch. Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Das ist einfach so. Deswegen äußere dich. Halte nicht vom Berg. Und heute ist ganz klar Rede. Vielleicht wirst du auch heute viele Menschen treffen, mit denen du auch nette Gespräche, einfach nur so oberflächliche Gespräche, Smalltalks führst. Also viel, ja, nicht Trubel, aber trotzdem. Wenn man kommuniziert, dann kann es schon mal sein, dass da mehrere Menschen auch betroffen sind. Aber es kann auch sein, dass ein wichtiges Gespräch ansteht, das du heute führen solltest. Und auf der anderen Seite kann es auch noch mal ganz klar heißen, kommuniziere dich mehr. Ganz, ganz wichtig. Kommuniziere dich für deine Balance, für dein Ich, für dein, ja, Du im Endeffekt. Kommuniziere mehr. Bitte auch nicht denken, dass alles wirklich man von deiner Stirn ablesen kann oder von deinen Lippen lesen kann. Das geht einfach nicht. Und vielleicht sind das einfach so Hinweise auch, dass du da ein bisschen mehr drauf schauen solltest, dass du, wenn du Wünsche hast oder wenn irgendwas auch Grenzen oder auch mal ein Nein angebracht ist, kommuniziere es. Mit einem richtigen Ton, wie ich es auch immer sage. Aber wichtig ist, kommuniziere dich und ja auch deine Freude und dein Glücklichsein dadurch. Wenn du immer schluckst, 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 dann platzt es irgendwann mal aus dir heraus. Oder du bist einfach für dich dann sehr, sehr traurig und verfällst da gesundheitlich in nicht so schöne Themen. Das ist auch nicht schön. Deswegen bitte heute ganz klar darüber nachdenken, ob du genug kommunizierst, ob du Grenzen setzt. Und wenn heute Gespräche anstehen sollten, dann bist du heute sehr redegewandt. Das schaffst du heute ganz klar. Deswegen, wenn irgendwelche Themen, die mal kommuniziert werden sollen, mit wem auch immer, dann ist heute der richtige Tag dafür. Und was haben wir als drittes Krafttier? Oh, da haben wir den Affen. Die Flexibilität. Ich als Planungsmensch ist das mein Lieblingswort. Flexibilität. Davon kann ich mir ganz viele Scheiben immer abschneiden, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. So, bei dir ist heute, du bist heute ja ganz gut dabei für dich, dass du Entscheidungen einfach aus dem Bau auch treffen kannst. Dass du heute flexibel bist. Und vielleicht musst du es auch heute sein. Vielleicht bist du auch so ein Mensch wie ich, der immer gerne plant, macht und tut. Und dann macht einem jemand der Strich durch die Rechnung. Und es kommt ernst anders, als man denkt. Und so ist es meistens bei mir. Deswegen bin ich immer froh, wenn andere in meiner Bewegung flexibler sind und ich davon auch lernen darf. Aber für dich heißt es auch, je entweder die Seite, die ich jetzt mitbringe, dass du mal ein bisschen flexibler sein solltest, ein bisschen biegsamer. Also nicht so starr, dass es so Hinweise sind, dass du bitte nicht nur deine Richtung sehen sollst und auch mal nach rechts und links schauen solltest. Dass du da ein bisschen flexibel andere Meinungen vielleicht auch mal berücksichtigst, beachtest, mit einnimmst. Und auf der anderen Seite kann auch einfach sein, dass du heute ganz spontan sein musst. Vielleicht auch. Vielleicht ist heute wirklich so ein Tag, dass viele Ereignisse auf dich strömen werden, wo du einfach nur vielleicht auch delegieren musst oder wo du einfach abwägen musst, was hat heute Prio. Einfach flexibel bleiben. Es ist ein guter Hinweis, finde ich, wenn man den morgen schon bekommt. Wenn man jetzt, wenn du jetzt wirklich sagst für dich, oh mein Tag ist durchgetaktet, ich habe total den Plan, dann kann ich dir heute sagen, ich glaube, du solltest heute ein bisschen Puffer einplanen, dass du einfach flexibel bleiben kannst. Weil nicht, dass du heute Abend, ich sage mal, vor Atemnot wirklich ins Bett fällst, weil du so vieles unter einem Hut bekommen musstest, weil du deinen Plan durchführen wolltest. Ganz stringent, so wie ich es auch dann sehr gerne mache. Aber trotzdem so viele unvorhersehbare Einflüsse, Ereignisse, Themen, Personen etc. noch dir zwischengekommen sind, dass du total erschöpft bist heute Abend. Also bitte achte auf dich und denkt da dran. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz wundervollen Wochenstart. Denkt dran, heute ist Montag, die Woche ist noch lang genug. Nicht alle Kräfte heute schon raushauen, sondern alles sachte, sachte, sachte. Und ich freue mich, wenn wir uns morgen früh am Dienstag hier wieder hören. Bis dann. Tschüss.